Jo Leute! Willkommen zum 8. Part zu Kirby in das Vergessene Land. Ja, ist jetzt schon der 8. Part. So, beim letzten Mal haben wir einen Boss besiegt. So. Wir haben jetzt die Hammerfähigkeit, weil wir die upgraden konnten. Was nämlich gut ist. Leer, die ewig blaue Küste lassen wir natürlich hinter uns. So, und jetzt geht es zu den Wundaria-Ruinen. Ja, Rennpisten-Raserei. Das sieht mal sehr interessant aus. Mit einem Auto. So, gucken wir gleich. Ist hier was? Das sieht irgendwie sehr verdächtig aus. Nein, nicht. Ist hier vielleicht was? Würde das wegkauen? Nö. So. Hier steht ja alle Schlange. So. Ja, da hat sich das Wund auf jeden Fall nicht gelohnt. So. Vollstopp! Das Auto! Äh, äh. Die... Oh. Ah, das geht nicht. Die Kopfbedeckung, die wir haben, passt euch irgendwie sehr gut. Okay. Ah, ich glaube, das ist für die Woddle Dees zum Retten. 25 Sekunden. Schaffen wir das? So, ich glaube, wenn man Gold schafft, rettet man einige Woddle Dees. Ah, Schlamm ist gar nicht gut. Den müssen wir mal versuchen auszuwölfen. Sollte ja gar nicht mal so lange gehen. Ah, das war echt schlecht. Ja, das ist so das Ziel. Oh, ja! Geil! Ah, ja. Das hat sich gelohnt. Ja, wir haben es geschafft. Direkt beim ersten Versuch. Das ist gut. So, hier ein Model Dea rettet. Das ist generell so eine Mission, dachte ich. So. Oh. Ein guter Preis auf jeden Fall. Äh, ich hab doch auf die Bombe gehauen. War vielleicht nicht so eine gute Idee. Mal auf mit eurem Bombenwerfen. Ich saug den jetzt ein. Ich könnte mir vorstellen, das bringt was. Okay, ja, der könnte halt auch was bringen. Ich weiß nicht. Nicht nur jetzt einfach mal den Igel. Achso, hier. Ähm. So, ich würde sagen, wir nehmen das halt einfach. So. Ähm, nein. Wir werden auch gleich bei der Bombe bleiben können. Ja. Oh. Hier gibt's einiges an Essen und ein paar Münzen. So. Und hier ist auch... Hier sind auch einiges an Münzen. So. Ähm. So ein Cocktail. Ja. Nice. So. Okay. Bombenkette. So. Ja, ich glaub da... Müssen wir jetzt... ...treffen. So. So. Okay, ja, wir stehen komplett falsch. Oh, ja, ja, so geht's auch. Ich wollte das grad gar nicht mal, aber... Okay, wir hätten wahrscheinlich auch fliegen können. Aber kann ja nicht immer fliegen. So. So. So, hier hoch. Und... Reiner. Was erwartet uns hier? Ein Bottle D auf jeden Fall. Ach so. Ach so, sollen wir das mit den Bomben machen? Ich renne jetzt einfach runter. Äh, also warum kann man generell... Warum kann man hier einfach runter... Weil man kann hier einfach... Ah, ja. So einfach ist das jetzt doch nicht. Okay. Wir müssen die Bombe richtig rollen. Ähm, ja. Wacht was? Kommt schon! Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt stell hier rein. Ja, wir haben ihn gerettet. Nr. 2. Jetzt geht's hier nach oben. Ja, hier sind noch einige Schätze. Und der nächste war da die. Nein, aber ein Super-Kraft-Lolli. Schnell zurück und... Los geht's! So. Den Decker-Fähigkeit haben wir auch schon einmal geabgeordnet. Aber ich würde jetzt hier... Ja, so schnell hat man den besiegt. Ja, wir sollten... Das war sogar eine Mission. Ähm. Mit dem Super-Lolli, den hier zu besiegen. Ja, da haben wir schon mal direkt eine. Und... Kolossales Schwert. Wow, da können wir dann... Das Schwert upgraden. Ah, das ist schon ganz cool. So. Wenn's hier eh weiter geht, essen wir das hier mal. Oh, da ist auch eine Kapsel. Vielleicht hat sich gar nicht gesehen. Aber sammeln wir die mal ein. Das nächste Auto-Rennen. Ja, ich glaube, das wird etwas schwieriger. Da müssen wir uns vorbrennen. 50 Sekunden. So, ja. Das erste haben wir in 24 geschafft. Oder eher gesagt in 24. Los geht's! Du wirst uns beeilen. So. Da sollten wir nicht zu langsam sein. Ich will jetzt... Oh! Nein, 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 nein. Ey! Der hat doch zurückgestoßen. Nein, das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Das ist... Sehr schlecht. Aber nein, ich war gerade die ganze Zeit langsam. Ich muss halt auch erst drücken. Ah, das ist großes Problem. Großes Problem. Da ist unsere Zeit. Haben wir das so schnell schaffen? Noch 10 Sekunden? Weiß ich, wir sind jetzt... Glaube ich... Na... Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Oh ja, hier hätte ich auch einfach springen können. So. Das ist jetzt schon mal nicht geschafft, leider. Haben wir ja gerade die Zeit gesehen. Ja, einfach springen. Na ja, daran habe ich auch nicht gedacht. Ja, eine Stunde 14. Haben wir wenigstens noch Silber geschafft? Aber gibt es halt irgendwie... Ja, doch, es gibt immer eine Möglichkeit, das nochmal zu machen. Ja, das kriegen wir besser. Aber ich sammle das jetzt trotzdem nochmal ein. Dann haben wir wahrscheinlich zwei Ballkapseln. So. So, neuer Versuch. Auf jeden Fall. Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Wir wollen schon den Oral-D hier retten, wenn wir es schon können. Diesmal schaffen wir es besser. Ja, vor allem springen über die Matsche. Ich mach' einfach so. Ja, ist doch viel besser. Ja. Ich glaub' Ja. Okay. Besser sind wir jetzt hier alle Male. Wir müssen uns... Aber wir sollten aber... Trotzdem alles gut machen. So. Wir liegen gut in der Zeit, würde ich denken. So. Wir sollten halt einfach nicht gegen die fahren. Nein. Nein, das kostet Zeit. Das hat jetzt Zeit gekostet. Nein. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Ich hab' eigentlich... Ich will das eigentlich hier beim zweiten Versuch schaffen. Sind wir doch in der Zeit? Ah. Zehn Sekunden. Hm. Nein. Ah. Das war gar nicht gut. Ich sammle die Ballkapseln trotzdem ein. Ich meine, wenn wir mehr haben können, warum nicht? So. Ja, wir hatten eigentlich richtig gut den Start. Neustart. Ja, einmal mach' ich das noch. Einmal versuch' ich das noch. Wir hatten einen perfekten Start eigentlich. Am Ende hatte ich das schon irgendwie vermasselt. Aber... Zehn Sekunden waren das tatsächlich. So. Ja, hier macht es am meisten Sinn, einfach das hier zu machen. So. Gut. So. Noch rüber. Mal... Sind wir grad schlechter in der Zeit? Wann ist es nicht vorhin? 90 Sekunden, als wir hier waren. Aber wir haben eigentlich... ...noch bisher alles richtig gemacht. Das war jetzt der erste Fehler. Nein. Wir sind wieder... Wir müssen halt immer den Turbo-Modus haben. Immer. So Silber zu schaffen, ist komplett easy. Das schafft man 100 Euro. Denn man muss eigentlich auf die Pfützen achten. Diese Schlammpfützen hier. Fallschon, hab ich es? Nach... Ja, wir waren eine Sekunde schneller. Ja... Ja... Weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal... Ein allerletztes Mal jetzt wirklich... Ich hab keine Lust, das jetzt 10.000 Mal zu probieren. Aber ein letztes Mal werde ich es jetzt nochmal versuchen. Wir hatten ja schon Fehler, aber... Wir hatten ja schon Fehler, aber... Dass die... Die haben jetzt wahrscheinlich... Ich weiß nicht... Wo hätten wir viel schneller sein können? Ich glaube eigentlich, wir können nicht gerade viel schneller sein, aber... Ich versuche es trotzdem nochmal, aber wirklich viel schneller, kann ich mir gar nicht vorstellen. Meine, wir waren ja schon gut schnell. So, hier abgekürzt. Ich glaube, das hat was gebracht. Hoffe ich zumindest. So. Wir müssen halt möglichst... Na, das hat gar keine Zeit gespart, aber wirklich gar... Ah ja, da kann ich... Da hätte ich wahrscheinlich springen müssen. Da hätte ich wahrscheinlich einfach rüberspringen können. Da müssen. Ich hab zwar gesagt, das wird das letzte Mal, aber... Ganz ehrlich, da wir das jetzt nicht geschafft haben, weiß ich... Wo wir es... Vermasselt haben. Also... Okay, ja. Also werde ich das wahrscheinlich danach nochmal... Probieren, wenn wir es jetzt nicht geschafft haben. Wovon ich tatsächlich... Ausgehen werde. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Wir müssen springen. Es war wieder schneller, aber man muss... Man muss springen. Geht nicht anders. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall... Ultra viele Ballkapseln. Weil... Jetzt habe ich hier die ganze Zeit Ballkapseln rein. Also ist, glaube ich, die beste Methode, Ballkapseln zu fahren. Fahren? Naja, ich weiß nicht. Also wenn man kein Geld ausgeben möchte. Aber... Die sind ja übel billig. Und man kriegt hier Geld echt gut. So. Dieses Mal schaffen wir es. Ich... Habe da ein sehr gutes Gefühl. So. Nicht in irgendwie... Irgendeinen Schlamm fahren. Alles hier versuchen zu überspringen. Oh. Nein. Ah, das hat ja richtig... Das hat ja jetzt bestimmt richtig viel Zeit gekostet. Ich will das aber schaffen. Also ich möchte es einfach schaffen. Ja, ich glaube, das ist so etwas, was einfach richtig viel Zeit dazu bringt. Und... So. Meine... Wenn wir es jetzt nicht geschafft haben, dann mache ich es wirklich... Ich habe... Ich habe die ganze Zeit das letzte Mal... Aber dann merke ich... Ja, da kann ich es besser machen. So. Aber vielleicht haben wir es jetzt trotzdem, wie wir gefällt haben, geschafft. Na... Ja, das war sogar schlechter. Ja, ist klar gewesen. Aber wir müssen es einfach einmal schaffen. Weil aber jetzt ist es halt... Wenn ich es jetzt verkacke... Ja, dann habe ich es halt verkackt. Also dann habe ich es wirklich verkackt. Weil jetzt weiß ich, wo ich schneller sein kann. Und... Wäre natürlich schon gut, wenn man möglichst viele Woddle Dees bekommt. So. Jetzt das aller... Allerletzte Mal. Ich... Ich verspreche es euch. Ich verspreche euch, dass es das letzte Mal ist. Ich sage das die ganze Zeit. Aber jetzt ist es wirklich das letzte Mal. Wir hatten halt Fail und... Ja, der war... Echt nicht gut. So. Beim letzten Versuch. Aber... Diesmal passiert uns das... Hoffentlich nicht... Hier immer schön springen. Hier abkürzen. So. Gut abgekürzt. Gut abgekürzt. Wir haben auf jeden Fall schon einiges gut gemacht. Ja, es ist bis jetzt... Ähm... Ich glaube, wenn wir das jetzt schaffen, dann haben wir die Zeit. Dann haben wir es die Zeit geschafft. Und wenn nicht, dann... Dann mache ich wirklich keinen... Keinen neuen Versuch. Dann weiß ich nicht, wo ich es hätte. Ja! Oh, jo! Ein paar Millisekunden haben gefehlt. Aber jetzt... Jetzt haben wir es wirklich geschafft. Und tausende Ballkapsel. Ja. Okay, ja. Noch ein neuer Versuch. Nein, das war... Kann man denn so eigentlich... Models diesmal haben? Nee, stimmt. Ja, nee, die haben... Ja, das... Die haben dann kein Models... Ja, wir haben irgendwo verpasst. Aber... Äh? Also, ganz ehrlich... Wo soll ich die Models nie verpasst haben? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das war es dann endlich mit dem Level... Ah! Ja, wenn ich hier nicht gegenlaufen würde. Ja, das... Irgendwo haben wir ja was verpasst. Ha! So, was weiß ich? Bereiche das... Das erste Rennen innerhalb von... 20 Sekunden. Ja, beim ersten Rennen war ich wirklich gut. Ähm... Am Balance Center steht. Das Logo von Am Balance Center Eigentum. Von Am Balance Hotlines. Wir machen ihr Leben lebendiger. Da lautet der Firma-Slogan. Zu den Geschäftszweigen zählt der Betrieb von Veranstaltungsarenen, Lebensmittelgeschäften und Dienstleistungen. Doch, davon übrig bleiben... Nur Ruin. Ja. Zielscheibenschalter. Oh, ja. Also, wir konnten scheinbar nicht fahren, diese Ballkappen. Ich finde es irgendwie schon cool. Okay, jetzt geht's zum... Invasion im Horrorhaus. Ja. Zu dem Level geht es jetzt. Sie haben weitere Bordele, die ist gerettet. So. Wir gehen zur... Invasion im Horrorhaus. Schade, dass man die Ballkapsel nicht so kräftig fahren konnte. Das wäre ich ja schon cool. So, rein hier. Äh, okay. Kann ich auch einfach wegbomben? So. So, jetzt haben wir den... Oh, oh! Ja. Äh, hier sind jetzt einige Gegner. Äh, es ist... Das sind diese Dinger, die hier einfach... So kommen. Ja. Ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt alle Gegner besuchen. Was ist denn hier? Ja. Ja. Ah, nicht getroffen. So. Äh, ach, ich muss unten ranspringen, oder? Äh. Okay. Wie soll ich das machen? Okay. Hä, wie soll ich das machen? Ja, so. Äh, das hat gerade irgendwie gar nicht geklappt. Aber ich dachte, ich kann auch einfach unten ranspringen. Okay, ja, das war schon mal der erste Modellie. So. So. Ja, hier geht's weiter. Vollstopf-Modus mit der Glühbirne. So. So. Hier braucht man das Licht. Ja. Hier ist die Glühbirne echt nützlich. Ja, hier ist schon ziemlich dunkel. Aber wir haben ja zum Glück die Glühbirne. So, geht der mal weg hier. Ja. Ja, man muss das hier die ganze Zeit gedrückt halten. So. Hier können wir das Licht anmachen. Naja, okay. Ja, hier wird's leider nicht Teller. Schade. Okay. Okay. Hier kommt. Ah. Oh. Ah, Alter. Ey, ich will die haben. Die Ballkapsel. Kommt ihr doch mal. Also kommt das Teil jetzt hier nochmal. Ja, es kommt nochmal. So, die Sammeln wir ein. Auf jeden Fall. So, hier lang. Äh, der verfolgt uns oder wie? Aber auch nur, wenn er liegt. Okay, ach. Wo lang, wo lang soll ich? Soll ich hier lang? Oh. So. So, hier. Sehen wir das auf. Und was war jetzt eigentlich der richtige? Oh. Was war jetzt eigentlich der richtige Weg? Ja, ich glaube, hier haben wir einen guten Weg genommen. Weil, wäre ziemlich doof, wenn wir den genau richtigen genommen hätten. Weil da war ja noch was. So, wie soll ich den dann treffen? Was ist das? Hä? Ja, hier kann ich ja nicht durch. Oh. Ja, außer dem Fall ist ein Knopf gedrückt. Ah, ja, wahrscheinlich. Ah. Hä? Aber wie soll ich das machen? Also. Ich muss irgendwie versuchen, da ranzukommen. Weil das macht ja schon so einen kleinen Wirbel. Was hat... Nein! Also, jetzt wäre ganz echt... Ist das überhaupt... möglich? Und... Naja, ja, okay. Hä, das bringt halt gar nichts. Ich wäre jetzt komplett fraglos. Ich würde ja schon ganz gerne... äh, bekommen. Ich muss mich hier echt... kurbisch hinstellen. Ich werfe das hier hin. Aber diese Explosion bringt halt auch nichts. Ich habe echt keine Ahnung. Ich würde halt eigentlich ganz gerne... Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich, 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 ich habe wirklich keine Ahnung. So. Müssen wir das wieder aufladen? Hier gab es ja auch noch einen anderen Weg. so hier wurde die gerettet ja wir haben einen verpasst ich weiß ja auch wo aber nein hätte ich nichts machen können also ich hatte echt keine ahnung wie ich das hätte geschaffen sollen so ja weiß nichts von geistern also die von denen versteckt wurden ja hier muss ich die glühmühle dann ausspucken und hier hoch ich weiß nicht ich weiß nicht ob er einfach so da ist ich darf ich jetzt ein da haben wir das vulkan feuer ja ich will nicht werden kommen so ja es war natürlich nur bild so der sauer ist wie zwölig so der hat uns zuerst getroffen nicht schon wieder da da hätte ich jetzt wirklich nicht unbedingt reinfallen sollen nein der ist ja anders schnell passiert ich wollte ja hochglitter ein ball kapsel supi noch einen müssen wir essen wenn wir kein verpasst haben so die sind alle besiegt ich würde denken das ist richtig aber beides richtig man muss den schon umfallen lassen ja den automat brauchen wir ja und was wir mit dem automaten was wir mit dem automaten machen sehen wir dann aber beim nächsten mal ja ich hoffe euch hat das video gefallen und ja beim nächsten mal beenden wir dieses level ja ciao ja ja